Fangen wir an. Martin von Kamen für Crossfit Nord. Wir machen jetzt das erste Workout mit 50 Kalorien Rudern und 50 Dumbbell Statches. Drei Runden. Ich werde mal kurz das Equipment filmen. Hier der Dumbbell. 22,5 Kilo. Und der Rover. Der steht auf Kalorien. Und der Timer. Und der Juts. Und der Juts. So. Als er bei getrimpten muss, dann muss er ein doelpelt. Ja. Ein bisschen rechts. Ja, sehr autistisch. Go get em, Tiger! Wie lang? Wie lang? Wie lang? Wie lang? 10 Sekunden. Go get em, boy! Er läuft los auch, ja. Ja, ja. Yes! Go! Putz. Go! Hi! Jakob! Mit Justine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm auf, schuhe die Torfhunde hier, komm auf. Komm her. Komm auf, nehm die Torfhunde, komm auf. Hopp. Hopp. Komm auf, danke dir bei. Komm auf. Komm auf. Yes. Nice and steady. Komm auf. Komm auf, okay. Komm auf, danke dir bei. Komm auf, danke dir bei. Yes. Yes. That's it. That's it. Nice. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. 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 Yes. Komma, Mathe, let's go! Hoppa, Gas erop! Komma, buddy! Hop! Hoppa, Mathe, let's go on! Hoppa! Hoppa! Hello, bro! Oh, coach! Oh, coach! Oh! Oh! Oh, hey, baby! You didn't stop! No, 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 no! Ah, we'll do it! We'll do it! Go, no, no, no! Yes! Ja. Was? Ich hab mir auch schon beitelt. Was ist das erste Mal? Oh, das war das erste Mal? Ja. Oh. Aber ich kann ja fast nicht noch ein Mal gehen. Nein. Nein. Ich weiß noch. Das ist jetzt bei euch. Nein. So, genau. So, genau. Jetzt soll ich noch nicht auf die Schau. Ja. Ach, nein. Scheiße. Natürlich. Ich hab's ja auch mal ein paar Mal in die Probe hochgepacken. Ich hab's ja mal eine. Ich hab's ja mal ein paar Mal in die Probe hochgepacken. Ja, ich hab's, ich hab's ja mal ein paar. Noll ich jetzt noch ein paar Mal die Probe hochgepacken was. Und ich hab's nicht auch nicht. Ich hab's ja mal. Ja. So, jetzt mit der Sicherheit die kalorien. Ja, mit der Sicherheit. Ja, 26, der erste Units 50 Kalorien, dann die zweite Runde auch 50 Kalorien und die dritte Runde auch 50 Kalorien. Alright, Martin out.